Okay, das ist ja irgendwie fies jetzt, ähm, ja, weil ich das ja schon mal gespielt habe, muckt das Spiel hier ein kleines bisschen jetzt rum, das bedeutet, das war jetzt das, ne? Oder? Das war doch das, ne? Mal eben kurz gucken. Ja genau, das war das. Das heißt, wir sind jetzt New Eden wählen. Dann müssten wir dann natürlich hier anfangen, ne? Ich weiß nicht, ob die Cutscenes dabei sind oder nicht. Ich hoffe es mal. Ähm, das heißt, ich mache jetzt nach jedem Teil jetzt erstmal einen Cut. Sprich, 15 Minuten, zwei Parts lang, denke ich mal. Aber wir machen jetzt mal hiermit weiter. Und zack, voll auf die Schnauze. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das New Eden Einkaufszentrum. Aber vorsieht, Bürgermeister Kelleyn hatte einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt es überall Straßenspannung. Tja. Ja, dann müssen wir jetzt wohl, oder übel, ins Einkaufszentrum. Und zack. Sehr schön, dann müssen wir jetzt wohin, äh, dahin. Sehr gut, klappt ja im Moment alles doch ziemlich gut, denke ich. Ähm, Richtung checken. Hier lang. Okay, jetzt kommt nämlich eine ekelige Stelle. In den Bereichen drei und vier müsste es einen Weg auf die Überführung geben. Ja. Das Problem ist, hier kann man jetzt in zwei Richtungen laufen. Und ich vergesse jedes Mal, in welche Richtung ich laufen muss. Weil das hier ist ein bisschen fies irgendwie. Es ist ein bisschen panisch alles gemacht und sowas. Der Funk läuft über, da kommen noch mehr Korps. Ja, komm ey, deine Mutter läuft auch über. Okay, ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben. Bevor wir uns noch weg, äh, snacken hier. Lauf an Gleis vier runter zur nächsten Zugangskette. In deiner Nähe müsst es eine Gasse geben. Da solltest du wieder hoch auf die Dächer kommen. Die Gasse ist genau da, wie du siehst. Nimm sie. Der schießt hier rum und die armen Tauben müssen abkauen, ey. Unglaublich. Was für Rowdies. Boah, ey, das ist teilweise so richtig hell hier. Komm, auf mit dir. Okay. Ich hab das Gefühl, die kommen hier gleich rein, wenn wir uns nicht beeilen. Und bring. Schafft. Gut. Sehr gut. The car of your dreams. Wahrscheinlich vollgepackt mit Überwachungskram. Dass man sieht, wie schnell man fährt. Dass alles überwacht wird. Warum steht das da in Russisch? Das war doch Russisch, oder? Ich würd's mal so sehen. Ah, ist alles ein bisschen mysteriös. So, jetzt sind wir wieder mal auf den Dächern. Ist ja nichts Neues. Okay, jetzt muss ich nur mal gucken, wo wir lang müssen. Ich würd's sagen, da. Auch wenn's... Da war ein Schild. Stopp. Da dürfen wir nicht lang. Was war das denn jetzt? Mädel. Hast ein bisschen Übung verloren, wa? Ab, ab. Komm nach oben. Ja, Leute, denn... Hier dürfen wir leider nicht lang. Aber wir machen's trotzdem. Wir sind ja richtig, richtig fiese Leute, ne? Okay, dann gucken wir mal. Ja, genau, da müssen wir jetzt hin. Äh, wohin denn? What the fuck? Wohin? Ja, das ist doch dann recht selbsterklärend hier, der Weg. Okay, jetzt. Auf den Dächern gehen Kopf in Stellung. Du musst wohl gegen sie kämpfen. Ich kann's auch lassen, ne? Wo sind die denn? Ach, da unten, ne? Ja, da sind sie. Wow. Wow. Bringen wir uns mal selber um. Ähm. Hab grad irgendwie keine Ahnung. Das ist scheiße. Das ist einfach nur asozial. Wenn man dann da herläuft. Und dann auf einmal so drei Leute da rumwandern. Äh, der Sprung war scheiße. Das war grad dämlich. Und dann drei Leute rumlaufen. Fettbewaffnet. Die ballern dann einen zu Klump. Und man weiß überhaupt nicht, wo man hin soll. Ja? Finde ich besonders ungünstig. Auf die Schnauze. Komm mal ab, Alter. Ja, denn wie gesagt, ich bin gerade überhaupt nicht, äh, in der Lage. Boah, da hinten muss ich hoch. Was ist das denn für ein Scheiß, ey? Und die Kacke ist auch noch, ich will ja niemanden rumbringen. Das heißt, ich muss die auch noch ausschalten. So per Hand. Das ist manchmal, äh, in der Menge dann ein bisschen komisch. Ein bisschen schwieriger. Ja. So. Sehr gut. Das haben wir schon mal. Ja, nur noch ein paar Blocks. Das ist ja nix. Leute, Leute. Tun nicht so, als wäre das mal ebenso machbar. Wobei ich weiß gar nicht, wie lange der Part jetzt wird. Ich weiß gar nicht. Ich kann nämlich gerade schlecht einschätzen, wie lang dieses Kapitel ist. Ja, nee, komm. Rauf da. Ich glaube, es hackt. Okay, da lang. Schön, wir sind wieder draußen. An der frischen, frischen Luft. Sehr gut. Bald sind wir oben. Ich verstehe nicht, warum man auf das Ding da wechseln soll, wenn man mit dem hier... Ach, nee, doch nicht. Ich dachte, man kommt mit dem noch ganz oben dran. Ja. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt, Leute. Ich hab nix gesagt. Äh, der Alarm. Heia. Du bist fast da, Fähz. Ja, das ist schön. Das Einkaufszentrum ist aber scheiße. Weil da wie immer... ... jeder versucht mich um. Was war das denn? Warum springt die blöde Kuh nicht immer, wenn ich's... Komm, ey. Nein! Ey! Ey, ich dreh gleich durch. Nee, komm, das ist ja jetzt ein Scherz, oder? Warum... Ey, es ist nicht... Hey, ehrlich nicht. Das ist Kacke manchmal. So geil das Spiel ja auch ist, ne? Manchmal ist die Steuerung einfach so eine... Derbe Scheiße. So, machen wir's so, ey. Ja, genau. Genau. Ab nach oben. Ab nach oben. Schnell, schnell, schnell. Fliegen ne Menge Flugzeuge rum, muss ich sagen. Das ist... Es fällt schon auf. Nee, Leute. Nicht mit mir. Sie haben sich verzogen. Jetzt müsstest du reinkommen, ohne beschossen zu werden. Ach, doch. Reinkommen, ohne beschossen zu werden. Ist ja ein Traum. Wo denn reinkommen? Ähm. Außer da. Okay. Vielleicht sind wir im Einkaufszentrum und dann... Wird es... Pui. Aua. Okay, dann machen wir das anders. Wenn man uns das so nicht gönnen will, dann machen wir es halt ein bisschen anders. Und zwar so. Okay, ich glaube, wir sind da. Äh, ich glaube es jedenfalls. Ja. Sieht, denke ich, relativ gut aus. Bankredit National. Jetzt konnte ich es nicht mehr lesen, was da oben stand. Schade. Ähm. Irgendwas mit Dreams Come True oder so, ne? Sehr schön. So. Dauert relativ lang, diese schöne Aufzugfahrt. Ah, wir sind da. Sieht mir doch nach dem Einkaufszentrum aus, oder? Ja. Ja. Zweifelsohne das Einkaufszentrum. Und da vorne müssen wir rein. Okay, ab nach da oben. Zack. Okay, rein. Ich bin gespannt. Lol, die reden über mich. Ich bin die Verdächtige. Ich bin gefährlich und seit Tagen auf der Flucht. denke ich mal, dass ich das bin. Geil, die hat die Tür mit der Faust aufgeschlagen. Okay. Dann gucken wir mal, wie wir nach oben kommen. Ah, da. Da, hinterher, hinterher. Ja. War deine Mutter flippt aus, halt an, hör mit dem Funk, der Funk flippt, der Funk flippt aus, der Funk flippt aus. Der Funk flippt über. Meine Fresse, die... Ballern hier. Wie die verstorben. Okay. Jetzt müssen wir mal... Ja. Ist, äh, leichter gesagt als getan, glaube ich, so mit Munition im Nacken und so, ne? Äh, da lang, genau. Und schnell, schnell, schnell. Okay, haben wir das hier geschafft? Das ist schon mal schön. Du musst aufs Dach fällen. Ja, das ist schön. Du auch. Meine Hüte. Ich weiß, wo ich hin muss. Glaube ich. Auf dem Einkaufszentrum gibt's Tragwerke und Wartungsbereiche. So solltest du von da oben wegkommen. Okay. Jetzt gleich... Weiß gar nicht, wann sind wir hier in Sicherheit? Ich hab keinen Schimmer. Müssen wir mal... Muss ich mal gucken, weil ich will jetzt gleich einen Cut machen. Okay, ich glaube, hier sind wir in Sicherheit. Okay, Leute, dann mach ich hier an dieser Stelle auch erstmal jetzt einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part von Munition weiter, wenn wir uns im Einkaufszentrum weiter umsehen. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.